Willkommen liebe Clasher bei WDM 1000 Akatuto beim Clan ja kurz mal den Account hier schon mal oder überhaupt ich habe ihn bei den Herausforderern erst mal geparkt der Clan macht nicht auf hier ich bin hier nur kurzfristig drin ich kann euch das hier einmal zeigen ich habe den Avatar hier auch reingeholt er hat ja auch oder ich habe so an angedroht dass der auch wechselt und pack auch den Thorsten hier nur kurzfristig einmal aber ihr habt das jetzt glaube ich schon gesehen dass ich eine neue Errungenschaft fertig gemacht habe habe ich gedacht doch Gottchen aber ich habe tatsächlich einfach so weit die Clanspiele mitgespielt also ich weiß nicht war so um die 1700 Pokale das sehe ich beziehungsweise Punkte das sehe ich morgen erst aber was mir eigentlich passiert ist ich hatte hier oben auf dem Zähler 6.000 ich glaube es waren 6.646 Punkte oder 946 Punkte von 6.950 oder so also ich brauchte wirklich nur noch eine RH schlagen bin dann hier ins Nachtdorf gegangen habe einfach die Suche gestartet und hab so gedacht ja komm Tote da machst du hier dein Level 195 eben mal so ein bisschen eben mal fix im Nachtdorf mal sehen und hab dann ganz normal angegriffen so wie ich das jetzt auch mache so wie mir hier gerade meine meine ganzen Barbaren verrecken also so ähnlich ja so ähnlich und ja und während während ich so angegriffen habe habe ich dann auch tatsächlich bei dem zwei Sterne also damals ist es ein zwei Sterner geworden jetzt könnte das schon wieder etwas schwierig werden die Clanbook hier hinten nervt mich so ein bisschen aber die soll mich mal jetzt nicht abnerven hier ich gehe jetzt erstmal mit der Kampfmaschine rein die ist jetzt allerdings Geschichte okay mal sehen ob das überhaupt noch ein Stern wird also damals was heißt damals das ist zwei Tage her sind das zwei Sterne geworden ich habe also das Rathaus bekommen und habe auch diesen Jingle gekriegt den man dann ja immer kriegt so mitten im mitten im Level also in dem Moment wo das Rathaus down war okay haben wir gewonnen in dem Moment wo das Rathaus down war muss ich mal den muss ich mir gerade angucken ist ja immer witzig okay mal von der Seite ja Luftfallen habe ich ein bisschen umgestellt könnt ihr gleich mal gucken habe ich jetzt eigentlich hier hinten an an dem Lager hier an der Kaserne hier hinten hart postiert okay vielleicht muss ich doch mal so ein bisschen noch ein bisschen anders umbauen aber wie schon gesagt habe dann den Jingle gekriegt 195 das Spiel war vorbei ich komme wieder raus aus dem Spiel 194 und immer noch die gleichen Punkte also das beim ersten Mal habe habe ich mir gar nicht so dabei gedacht dann habe ich einfach weiter im Nachtdorf angegriffen habe gedacht naja komm das wird wohl gleich schon zehn Loxen einmal aus und ein nee war noch nicht so dann habe ich tatsächlich noch dreimal im Nachtdorf angegriffen und habe immer das die Meisterhütte gekriegt habe immer die Meisterhütte gekriegt und trotzdem hat er hier oben nicht weitergezählt also ich konnte nicht Level 195 werden es war wie Feigst vielleicht ist euch das auch schon passiert so ein Bug keine Ahnung was da Supercell beziehungsweise das Spiel geritten hat also wie gesagt ich habe ein und ausgelockt ich habe mehrmals mehrmals Rathauser gemacht die ja immer glaube ich zehn Punkte bringen und tatsächlich habe ich dann gelevelt als ich eine Truppenspende gemacht habe also ich konnte ein Pekka verspenden der zählt 25 Punkte und siehe da Bon Level 195 und es wurde auch es wurde auch angezeigt also echt wirklich wirklich komisch und 3420 ja wir haben nur ein bisschen dunkles sammeln wie immer für unseren King von seinem King auf seine weitere Reise Level 20 König der könnte ist er ist das schon gefährlich für meine Queen das geht ja also wirklich wie verhext ich habe gedacht was ist jetzt los und ich wollte es erst aufnehmen aber ich war dann auch nicht so fix für ein Aufnahmeprogramm und und so intuitiv habe ich dann ja auch gespendet habe gedacht naja gut jetzt hast du gelevelt jetzt ist es halt soweit und das ist ein Single Inferno das ist ein Single Inferno den müssen wir ja wie kriegen wir den jetzt eigentlich weg okay den kriegen wir gar nicht weg das stirbt jetzt leider mein was steht jetzt eigentlich mein World War King ich glaube eher ach die kleinen die kleinen sieht mir da gerade alle gestorben okay dann kann ich hier doch noch reingehen dann gehen wir hier mal doch noch so ein bisschen rein oh voll die Riesenbombe erwischt jawohl der hatte glaube ich alle draußen kann das sein witzig witzige type hier okay dann ziehen wir hier mal durch den Päcke hier mit rein ein paar ja ein paar Kobolde ich glaube so ein zwei Riesen sind ganz gut und dann kann das hier jetzt eigentlich in die Base durchgehen wo muss denn eigentlich noch springen ich glaube da könnte ich springen ich nehme mal meine Clan Burg die kommt noch die kommt noch von Bad Taste und mal sehen aber die müssen da jetzt richtig ackern die die Bowler hier mit mit dem Päcker den Päcker muss ich durch an der darf aber der Päcker wird jetzt aber schafft er das noch der Päcker ist durch super sauber der Päcker ist noch durch da kann ich den gut hier auch setzen und dann ist die Base hier auch Geschichte so Ende im Gelände Kollege Bang und dann hauen wir den mal hier rein wo können wir hier noch ein bisschen abgrasen ja ich kriege jetzt zwar keine Max Truppen hier in meine Clan Burg gleich aber das ist nicht so schlimm der AFA kann mir kann mir ja auch recht hohe Truppen gönnen und ich kann ja auch mal mein Spendenverhältnis mit Toto so ein bisschen so ein bisschen aufwerten müssen wir mal gucken irgendwie machen wir das schon genauso wie wir das am Ostersonntag hier im Stream gemacht haben hat mir auf jeden Fall wieder super gefallen und ich hoffe euch auch ich ich habe ich habe den der ist noch nicht online der Stream er ist fertig ich habe ihn nur ich habe noch kein Thumbnail und gucke ja immer ganz gern mal rüber was hier so Sache ist BolaWoot wieso fordere ich BolaWoot irgendwas irgendwas Woot ist auch witzig ist auch witzig seinem eigenen Clan das jetzt zu schreiben und dann lasse ich mir die jetzt eben mal verspenden aber ihr habt es gesehen ich habe die Clanspiele abgeschlossen und habe noch so ein paar Punkte dazu geholt also es waren eigentlich waren war angesagt dass wir 1000 Punkte machen sollen habe ich auch gemacht mit dem Account hier etwas mehr sogar und habe genauso viel reingespielt ja erste Errungenschaft hier vielleicht habt ihr sie auch schon geschafft die 50 games wollen wir uns erstmal was müssen wir jetzt als nächstes machen okay 50.000 Punkte alles klar ja das ist schon das schon mal ein Wort zum Sonntag würde ich sagen und dann gebe ich dem gebe ich dem Toto hier erstmal so ein paar Truppen jetzt kann ich natürlich hier nur 55 Truppen immer spenden naja naja gut die beiden Accounts parken erstmal nur hier wir machen in jedem Fall noch noch mal so einen zweiten Angriff würde ich sagen vielleicht springen wir auch einfach auf den R10er es ist ja ganz ist ja ganz lustig ihr könnt euch den Clan ja ruhig schon mal wegpinnen er wird irgendwann aufmachen nur nicht jetzt also wer mich jetzt so ein bisschen im Fokus hat und denkt oh Toto macht sein Community Clan bestimmt die nächsten Tage auf nein mach ich nicht mach ich nicht also keine Panik der der wird nicht aufmachen der Avatar wird sich morgen neuen Clan suchen ich werde mir morgen auch einen Clan suchen in dem ich sicherlich was was aufnehmen kann und oder beziehungsweise vielleicht auch einen Clan Krieg mitspielen kann müssen wir mal sehen und für unseren King ja für unseren King brauchen wir jetzt noch ein bisschen was wir haben 142.000 was brauchen wir hier ich gucke mal eben 33 900 okay im Moment also heute war Montag Ostermontag ich habe heute 0 Clash of Clans gemacht wir haben heute wirklich nur andere Chill Sachen gemacht Gewaltspaziergänge und weiß der Geier hatten 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 auch Besuch das kam noch dazu und bin jetzt heute Abend erst an den Rechner gegangen hab dann eben mal die beiden Accounts hier ausgelockt bin hier in diesem Clan rein und einfach nur so ein bisschen für euch als Status ich habe auch zwei Bobs frei also ein bisschen muss ich ein bisschen muss ich was tun meine Dev muss natürlich weiter verstärkt werden und dann lassen wir eben mal den King kurz durchrecken und dann machen wir gleich weiter Boah mein King hat jetzt ewig gedauert 45 Minuten ist ja auch eine halbe Ewigkeit wenn man das mal so überlegt und ähm aber eine halbe Ewigkeit war ich auch oh lalalala ihr seht das hier live zweiter Klick boah nehm mal mit ja ich war am Wochenende beziehungsweise am Samstag ja auf der Locke Clash in Köln hat mir sehr sehr gut gefallen Location wieder top top gewählt hier also wirklich schönes schönes äh altes restauriertes oder renoviertes Gebäude und ähm ich hab dort ja auch jemanden getroffen war mit dem Nico dort beziehungsweise der hat uns dann den ganzen Tag begleitet ich weiß nicht ihr könnt das ihr könnt das ein bisschen in meinem Stream verfolgen da haben wir noch ein bisschen mehr darüber gesprochen und äh war ja ich muss sagen am Ende des Tages wenn man so Resümee zieht muss ich sagen hat mir das sehr sehr gut gefallen und ähm auch meinen Jungs hat äh hat Nico so ein bisschen beeindruckt ich meine ist ein gestandener junger Mann und ähm der auch ganz klar mal sagt nun lass noch mal die Scheiße hier dem auch mal ein bisschen was ein bisschen was auf den Sack ging äh was meine Jungs manchmal so veranstalten und äh von daher ich ich fand's ich fand's echt schick und ähm hab jetzt allerdings auch nicht so viel Clash of Clans gesehen hab so ein bisschen das war ja auch nicht vorrangig mein Ziel dort zu clashen wie so ein Irrer beziehungsweise zu gucken wie so ein Irrer sondern ach meine Mauerbrecher wo gehen die denn hin okay dann müssen wir hier mal wir müssen hier mal in die Mitte springen glaube ich und ähm sondern vorrangig war so ein bisschen das Ziel so den einen oder anderen zu treffen hab ich auch ich hab auch den einen oder anderen getroffen der eine oder andere hat mich allerdings nicht getroffen denn ich hab im Nachhinein mitbekommen dass tatsächlich Leute gibt die haben sich nicht getraut mich anzusprechen Leute was ist denn mit euch los also ich bin doch auch nur ein Mensch und ähm sage auch nur guten Namen guten Tag also mehr auch wirklich 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 nicht also da verstehe ich das dann auch nicht muss ich sagen aber ich war natürlich auch sehr skeptisch hab dann auch den einen oder anderen gesehen wo ich gesagt hab ja den hast du schon mal gesehen aber der sieht auch irgendwie aus wie jeder andere in dem Alter oder wie jeder zweite in dem Alter und deswegen hab ich ja mich da auch nicht wirklich so nicht wirklich so getraut zu sagen ey bist du nicht der aber ich hab ähm doch wieder zumindest äh ich so die Hand schütteln können den Max die Hand schütteln können der war ja mal zeitweise Gast bei uns äh beziehungsweise bei Bad Taste und ähm das ist übrigens ein Hühner ne der ist nochmal anderthalb Köpfe größer als ich und er hat auch dann gleich gesagt er ist nicht groß er ist lang okay das fällt gar nicht so auf wenn der im Sitzen seine Videos macht oder streamt also war denke ich mal ein schönes Ding ich war zweimal da und ähm von daher hab ich ja auch ich hab ich hab für mich genug gesehen das ist auch eher so eine Veranstaltung die so ein bisschen ja ich will nicht sagen äh von von wenig Besuchern lebt aber es kommen natürlich nicht so super viele Besucher auf auf solche Events und eigentlich ist es traurig ähm aber ähm man muss sich auch die Zeit nehmen und ist ich meine es war Ostern da machen natürlich viele mit ihrer Familie irgendwas oder haben oder sind im Urlaub oder was auch immer und ähm weiß ich nicht vielleicht auch das könnt ihr mal gerne in den Kommentaren lassen was ihr überhaupt von solchen deutschen Events haltet ich meine ich finde das immer super dass ähm vor allen Dingen auch der Hersteller immer wieder da ist also Supercell war ja auch wieder mit vor Ort und ähm das ist natürlich super dass die das nach wie vor so ein bisschen Sponsor ein bisschen unterstützen immer ihr Equipment ihr Technikteam dort stellen und äh dann wird das natürlich in der Regel auch eine eine runde Sache der Stream ich hab mir den Stream auch angeguckt der war auch glaube ich in Ordnung es gab viel zu sehen viele Angriffe zu sehen das sind natürlich dann auch Massen entschuldigt Massen an Angriffe die man dort sieht und äh von daher ist das sicherlich eine runde und gelungene Sache gewesen ja ich wollte heute auf dem Montag einfach nochmal so einen kleinen so einen kurzen Status geben einfach mal so wo wir hier wo wir stehen was ist gewesen was kommt ich weiß gar nicht was kommt ich weiß nicht wo ich mit meinen beiden Accounts lande das könnt ihr mir glauben also mit dem Thorsten und mit dem Avatar ich bin im Moment so ein bisschen planlos denn ich hab nichts geplant also von meiner Seite aus gibt es keine Planung in irgendwelche Clans zu gehen was vorher irgendwo abgesprochen war oder was vorher schon mal ausgemacht wurde wo ich irgendwo lande also ich lass mich da überraschen und ich hoffe ihr lasst euch da auch überraschen und ähm ich verbleibe einfach euer Toto Clash bis zum nächsten Mal